Die Relativpronomen Neutrum. Das, das, dem, dessen. Das Kind ist das Bezugswort. Das Kind, das immer schläft, versteht nichts. Nominativ. Das ich nicht mag, versteht nichts. Akkusativ. Dem ich immer helfen muss, versteht nichts. Dativ. Dessen Freund weg ist, versteht nichts. Genitiv. Mit dem ich gestritten habe, versteht nichts. Mit plus Dativ. Durch, dass ich dich kennengelernt habe, versteht nichts. Durch plus Akkusativ. Das Kind, das immer schläft, versteht nichts. Nominativ. Das ich nicht mag, versteht nichts. Akkusativ. Dem ich immer helfen muss, versteht nichts. Dativ. Dessen Freund weg ist, versteht nichts. Genitiv. Mit dem ich gestritten habe, versteht nichts. Mit plus Dativ. Durch, dass ich dich kennengelernt habe, versteht nichts. Durch plus Akkusativ. Durch, dass ich dich kennengelernt habe, versteht nichts. Durch, dass es dich kennengelernt habe. Laut KBS, 42. D sue Excel. Zu Häu cups. Schraufe. Vielen Dank.